Wenn du mehr Vertrauen deiner Besucher auf deiner Webseite haben willst und dann auch mehr Umsatz daraus generieren willst, dann bleib jetzt dran. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, ich bin der Online-Experte und in diesem Video zeige ich dir einige Tipps, wie du deine Besucher dazu kriegst, dass sie mehr Vertrauen in deine Webseite und damit auch nicht mehr Leistungen in deine Produkte haben werden. Es wird eine zweiteilige Videoreihe mit insgesamt neun Tipps. Heute kommen die ersten vier Tipps und nächste Woche dann die nächsten fünf Tipps. Das heißt, guck dir beide Videos an, um die vollen neun Tipps zu bekommen. Wir legen auch gleich los. Tipp Nummer eins, eigentlich schon fast Standard musst du unbedingt haben, SSL-Verschlüsselung. SSL-Verschlüsselung heißt, du brauchst ein Zertifikat für deine Webseite, damit eben alle Daten verschlüsselt übertragen werden. Da heißt es oben im Browser eben nicht mehr HTTP, sondern HTTPS. Das heißt, alles wird verschlüsselt übertragen. Warum ist das wichtig? Das ist zum einen rechtlich vorgeschrieben. Immer dann, wenn wirklich Daten des Nutzers übertragen werden, das heißt zum Beispiel Kontaktformular, Warenkorb, bei Shops und so weiter, da muss es verschlüsselt sein. Das ist Pflicht, auch bei E-Mail-Formular zum Beispiel. Aber auch sonst macht es auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Nicht nur für Google, es gibt so ein bisschen einen Google-Ranking-Bonus höchstwahrscheinlich, aber auch für den Nutzer selber. Denn er sieht eben, da hinten ist, also oben ist dann im Browser ein Schloss, ein grünes Schloss. Dann weiß er, aha, okay, alles safe hier. Meine Daten gehen nicht irgendwie unterwegs verloren. Das heißt, viele achten da mittlerweile darauf, dass es eben gerade bei Shops so ist. Also guck darauf, dass eben dieses Zertifikat vorhanden ist, dass du HTTPS verschlüsselst. Die Dinger kosten auch nichts mehr. Gibt es bei Let's Encrypt zum Beispiel kostenlos mittlerweile. Bei vielen Hostern schon automatisch auswählbar. Von daher mach es auf jeden Fall. Stell oben auf HTTPS. Tipp Nummer zwei ist, du brauchst Siegel. Gerade der Deutsche ist sehr, sehr Siegel fixiert. Ist in vielen, vielen Studien belegt, wenn da kein Siegel ist, kauft man es nicht. Sind da Siegel, kauft man es eher. Das heißt, alles, was irgendwie nach Siegel aussieht, hilft dir im Prinzip weiter. Wichtig, fake das nicht. Also baue keine eigenen Siegel. Ich hatte mal die Idee, meine Kundenbewertungen so als Siegel quasi abzubilden. Keine gute Idee. Hat der andere gesagt, pass auf, mach das besser nicht. Das ist ein Fake-Siegel. Mach sowas eher nicht. Aber wenn du sowas hast, Mitgliedschaftssiegel irgendwo oder irgendwelche Testsiegel, die du bekommen hast, baue die auf jeden Fall ein. Das ist ja auch sowas wie ein Meisterbrief, wenn es da immer solche Siegel gibt oder sowas. Baue es ein. Das zeigt dem Nutzer sofort, aha, okay, der ist gut, der ist vertrauenswürdig. Du musst dir überlegen, der Kunde, der dich noch nicht kennt, der kennt dich halt nicht. Der weiß nicht, wer du bist, du weißt nicht, was du für einer bist, ob du was kannst oder nicht. Und er braucht eben solche einzelnen, naja, Merkmale, einzelne Punkte, woran er halt sehen kann, der ist jetzt gut, dem kann ich vertrauen. Und Siegel sind eben eine Form, dieses Vertrauen eben auszubauen. Punkt Nummer drei. Zeig Kunden. Zeig Referenzen. Zeig Testimonials. Hol dir am besten von deinen Bestandskunden Aussagen ein, die du verwenden darfst. Hol dir solche Statements, Testimonials ein. Aber auch sonst Kundenlogos, erfolgreiche Beispiele, die du bereits gemacht hast, Referenzen, all das, wo der Kunde sehen kann, okay, der hat das schon mal gemacht, der kann das wirklich, der übt mich an mir, der kann das schon. Das sorgt für Vertrauen. Also es hilft extrem viel, auch große Mengen an Referenzen, an Testimonials aufzulisten. Das liest kein Mensch bis zum Ende durch, ist völlig egal. Es geht darum, dass er halt sieht, okay, wenn die alle gesagt haben, der ist gut, wird er ja so schlecht nicht sein. Das heißt, hol dir einige Statements, einige Kundenmeinungen ein, verwende Kundenlogos mit Erlaubnis und so weiter, einfach um dieses Vertrauensfaktor noch hinzukriegen. Letzter Punkt für heute ist Social Proof, soziale Bewertheit. Kundenmeinungen, Kundenstatements gehen bereits in diese Richtung, die sind auch bereits Social Proof. Mir geht es hier jetzt konkret um sowas wie Facebook-Fans zum Beispiel. Wenn der Kunde sieht, wow, der hat bereits 10.000 Facebook-Fans, naja, dann wird er ja so schlecht, so unbekannt, so klein nicht sein. Das ist also so ein Vertrauensding, denn wenn die alle ihm vertraut haben, naja, dann ist er offenbar gut. Das heißt, versuche irgendwie auf Facebook-Fans, auf Follower und so weiter hinzuweisen. Es gibt Plugins von Facebook, die du in die Webseite oder Blog einbauen kannst. Dann sehe ich da direkt, aha, x.000 Follower, auch sehe es hier sogar schon Freunde, Bilder von Freunden. Das findest du unter Page Plugin, wenn du googelst, hat das Problem rechtlich, datenschutzmäßig nicht ganz klar, ob man es einbauen darf oder nicht. Liegt aktuell noch beim EuGH vor, also wenn du da Angst hast, eher nicht einbauen vielleicht. Aber du kannst zumindest mal irgendwie die Zahl erwähnen. Bei Facebook über 7.000 Follower und dann einen Link zu Facebook reinpacken, das ist völlig legal. Dann sieht der Kunde, okay, der ist seriös, der ist irgendwie bekannt. Das ist keine gute Kennzahl, denn das ist ja alles leicht fakebar. Aber gerade für die Kunden ist es so ein Indiz einfach, wo der Kunde sehen kann, naja, der ist irgendwie schon am Markt etabliert, den kennt man schon, da mache ich jetzt mal nichts falsch. Also Social-Media-Follower als Vertrauenskennzahl einzubauen, ist eine gute Idee. Okay, manche Unternehmen bauen auch sowas ein, wie zum Beispiel schon über 700.000 zufriedene Kunden. Solche Aussagen sind auch Social-Proof-Thematiken, um halt zu zeigen, du bist nicht der Erste. Diese reinen Zahlen, die helfen schon, Vertrauen aufzubauen. Das waren die heutigen ersten vier Tipps. Nächste Woche gibt es nochmal fünf weitere Tipps im Video. Das heißt, wenn du das sehen willst, wenn du noch mehr Tipps haben willst, wie du Vertrauen aufbauen willst, guck dir nächste Woche das Video an. Am besten gib dem Kanal ein Abonnement. Dann sehen wir uns in einer Woche wieder hier für die nächsten fünf Tipps für Social-Proof. Äh, Quatsch, für generell Vertrauen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.